Das Rauschgenerator Adventstürchen. Große Momente der Computergeschichte. Türchen Nummer 20. 4. April 1983. Das bahnbrechend innovative und die Hardware des VCS ans Limit bringende Spiel, E.T., wird zum Kassenschlager und die Vertriebsläden derart überrannt, dass sich nach einigen Wochen der Belagerung die Videospielverkäufer aus ihren Läden flüchten und die verbleibenden Spielmodule in der Wüste von Arizona vergraben, damit nie wieder ein Verkäufer solchen Stress angesichts der ungeduldigen Käufermassen ertragen soll. Danach hielten sie Rat und verabredeten, in Zukunft zu behaupten, dass niemand dieses Spiel wollte, weil es so ultra schlecht gewesen sei. Sie programmierten noch in der Wüste ein neues, furchtbar schlechtes E.T.-Spiel, welches jahrzehntelang als überzeugendes Alibi durchging. Hierzu Vergrabungsexperte Prof. Dr. Mao. Untertitelung des ZDF für funk, 2017